Das können wir auch zum Frühstück essen. Da ist Maru. Da muss sein, dass Sie jetzt extra hier reinlegen. Aber Sie, das wird hier weg. Da gehe ich halt. Da gehen halt hier beide schnell. Die Kinder schauen allein mit dem Boot weg. Für den Händlern, die sich von Kindern freuen. Deswegen, weil das hier ruhiger ist. Guck mal, wie schön das ist. Da musst du jetzt für den Händlern. Da musst du jetzt für den Händlern. Keine Insel. Oh! Oh!